Save Ashika Solos nicht da sein und dann irgendwie nur ein Modus von Ashika da sein, Squats oder so und dann es wird, es wird wieder ganz weird. Die Leute werden sich wieder abfucken, so wie bei Fortune's Keep und Rebirth damals. Boah, Fortune's Keep habe ich ja nie gespielt, ja. Also Fortune's Keep, es war eigentlich zur Abwechslung nice so, aber es war halt auch nicht vergleichbar mit, mit, ja, Rebirth. Es war halt so, zur Abwechslung mal was cooles, aber es war halt auch nicht so, ja, I don't know. Vielleicht hast du halt bei dir im Stream gesehen, so, mehr war es halt gar nicht so, weißt du. Ja, die meisten haben halt wirklich eigentlich auch nur Rebirth gespielt und das war halt auch das Problem. Die Leute haben sich, die einen haben sich abgefuckt, ah, es ist kein Solo Fortune's Keep da, die anderen haben sich abgefuckt, ah, es ist kein Trio, Squats, Solos, äh, Rebirth da, es ist, es wird halt genauso sein mit der Shika. Natürlich ist das Shika an sich nicht so beliebt wie Rebirth, aber, ja, je nachdem. Ich glaube, die Map wird aber trotzdem ganz gut. Ich glaube, es könnte klauen. Schade, ne? Many Free-Kills. Schade. Ich glaube, das Setting von Wondel ist auch eigentlich ganz nice, das ist irgendwie so, ja, Europa-Farm-Froh, so ein bisschen, man hat irgendwie so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Vibes wie Downtown bei Verdansk. Das könnte vielleicht ganz nice werden. Sieht auch irgendwie clean aus, Hampton-Froh, also so, weiß nicht, wenn man Gegner sieht, dann sieht man die deutlich so weit. Ja, ja, safe, safe, safe. So, ja, Shika ist auch cool, so, aber es ist irgendwie trotzdem immer so, ja, so dunkel, so irgendwie träge Vibes, I don't know. Du bist von 50 Seiten abgeschossen. Ja, alles, alles kämpft, alles zu weh. Ich kann dir nochmal Cash shoppen, dann kannst du Waffen kaufen. Ups, äh, warte, hier ist noch was. Nein, der Mate. Ist das gottlos. Hat er dein Geld geklaut? Nee. Gott sei Dank. Er war auf dem Weg, glaube ich. Bin gleich wieder da. Jetzt schießen die schon wieder. Hört ich mich da abfucken. Weil ich von einem Heli gehitmarkt werde. Medi, was geht? Also die Jungs, die auf mich geschossen haben, haben auch schon wieder alles ernst genommen. Komplett. Ach nee, der Mate spielt nur eine Waffe mit Kliniken. Mach aus, du gehst, mach aus. Das war's. Okay, hier sind noch... Boah, der hat aber Bock, der Mate. Der hat Bock. Oh, die Parts. er markierten berg wichtig wichtig ich kann das alles nicht mehr dass ich zähle zwei teams alles zu beide durch gegenseitig jungs kommt ich weiß nicht was los ist aber stieker heute die leute spielen sehr sehr wird sehr sehr wird ich glaube jetzt auch nur noch im team rum kannst du mal auf den lord gucken da wird gleich denke ich auch direkt was landen ja über uns alles hier vorne bleibt markt nein der mail lässt sich von dem kran ach der ich wusste dass jemand geld hast du eine smoke aber ich kann dich trotzdem wahrscheinlich wollen ja der mage schießt glaube ich auf den wenn du was ich smoke direkt kommt ihr aber zum lodi er kommt direkt zum lodi ich smoke uns kurz einer ist noch da hinten beim mate irgendwie er cross jetzt die street mate hat ihn glaube ich sogar nee der läuft links gleich raus mate hat ihn okay alles gut ich glaube er wird wieder auf dem lodi landen ja er ist direkt da jetzt auch noch ein bisschen money ich glaube er ist gerade direkt auf dem lodi landen ja noch einer einer läuft vor mir irgendwo kann so grob pingen äh hinter dem container das ist egal ich werde schon wieder von irgendwo across the lab angeschossen ich kann das langsam nicht mehr stark einer ist unter mir klaus wo ist er ich habe losgelassen die runde au 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 hinter mir au 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 die hütte mate ja das ist noch da oben drin enemy dropping wir müssen irgendwie links durch hier ist ein full team über uns die werden uns gleich abpacken ja rechts am berg rechts am berg ja ja ich muss ein zwei plates kaufen das links so ein bisschen am wasser entlang erstmal können wir rein in die zone bei diesen soviel teams dieser karlow skin ist einfach weggelaufen bei mir er hätte eigentlich haben müssen er ist einfach entkommen weil ich nicht mehr durch durchs wasser nein ah ne naja komplett ins team ja die handen dich auch einer ist noch da oben der andere will ihn wiederholen ja er holt ihn wieder ok beide weg noch einer einer bei mir ist ja ja die mate von denen habe ich ich versuch high ground auf die zu getten vielleicht siehst du dir kannst du pingen maybe hast du luft mhm weil die müssten da noch sein unter mir zwei gekracht du kannst hier wappen holen oder hast du deine eigene noch äh ich bin bei irgendwas auf der hat auch direkt gekauft maybe kommen die direkt ich weiß nicht ja was hat für eine waffe hier mit so einem die aim uns ab die aim uns ab ich bin tot ich kann den auch 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 ja der mate schieß auf mich alles tut weh die sind rechts über uns irgendwo ja wollt ich nicht ich bin ja die seltsamsten waffen hier mhm muss aufpassen hier die sind hier wo der wo der cluster drauf ist und rechts davon einer ist noch in der luft über uns mate hat einen ok lass mich doch da hoch lass mich doch da hoch bitte da ist jemand im haus Achtung mate ist der größte im haus im haus aber hier auf dir stark ja wir haben es finishen können wo ist der mate guck auf der minimap wenn du finishst stark richtig ich glaube das war dieses sweater team was uns die ganze zeit genervt hat mhm äh wieso ja we got the money here we got the money here aber den teilen wir nicht holen nochmal eine drohne money 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 ok wir können eigentlich erstmal reinnotieren soll ich den trocken hier munitionskiste kannst du eigentlich machen ja rechts über uns die kommen gleich Achtung drohne verlässt das einsatzgebiet ich gebe das dach nein drohne ist weg tut weh direkt vor mir da drin rücke vor die campen noch irgendwo da drin pass auf rechts auch noch jemand siehst du den rechts noch einer weiter rechts der kommt jetzt hier durch oder ja stark enemy dropping kannst du den finishen stark da unten ist was und dann ist close close safe auch im med mhm ah das wird jetzt ekelhaft ich muss ihn hier drausholen ich brauche Hilfe einer ist noch irgendwo close hier muss eigentlich oben drin noch sein pass auf er läuft unter dir kommt hoch kann eigentlich nur unten oder links kommen n mhm 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 Äh, rechts von uns auch, Achtung. Ich weiß, dass wir gleich sind die irgendwie draus gehörten. Ein Nockt, ich gehe ganz rechts überm Berg. Bleib mal bei diesem Hedlitch hier. Über die Trades. Weil unter mir muss eigentlich was sein. Als ob die gejumpt sind. Ja, die sind gejumpt. Wir sind noch in der Zone, alles gut. Oh, ich bin wir betroffen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, krass, krass, krass. Können eigentlich oben bleiben. Hey down. Nein, der Frontshot. Frontshot. Hast du, äh, Gasmaske? Äh, ich hoffe schon, ja, ja, hab ich. Okay. So ein bisschen... Kann ein Auge machen, Klasse? Oh, krass, 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 krass. Ach, warte. Aushalb des Radios, ja. Ah, ne, das schaffst du nicht bei mir. Ah ja, hier unten. Da ist gleich eine Waffe, ist einer. Ja, warte. Mit den Auge machen, ja, wir sind hier drin. Ja, hier unten. Nein, da kommt's unten. Okay. Puh, was eine, was eine Runde.